Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 Online Zusammen mit dem kompletten Freedom Squad Lasst ne Bewertung da und jetzt wünsche ich euch allen viel Spaß Kannst du mal bitte davon wegfahren? Ja warte, ich komm hier auch zu euch Jungs Und dann kommt er auch noch rein und dann bringt er uns zur Arcade Da ist kein Platz mehr für den Achso, wäre schade, Maudado, dann bring uns zur Arcade Denn meine Damen und Herren, wir werden es jetzt endlich nach 20.000 Jahren probieren Wir werden einen weiteren Versuch unternehmen, Kohle zu machen Das Casino auszuhauen, endlich reich zu werden Kann ich ein Foto mit euch machen Du hast uns auch gerade abgeballert, Chicken Wing, Alter Falls ihr die letzte Folge verpasst habt, ich wollte mir einen Ferrari kaufen Hab's auch getan Wollt ihr ihn richtig vertunen, das machen wir in einer der nächsten Folgen, Leute Dann kam plötzlich ein Hacker und der hat ein super geiles Auto gespawnt War eine verrückte Folge, zieht's euch rein Das ist super klasse Guckt auch sehr, sehr gerne oder hört lieber den Podcast, Leute Plötzlich-Schwanger.de So, jetzt hier, zack, Alter, schön alle rausspringen Oh Gott, oh Gott Oh Gott, oh Gott Warum lebe ich? Hä, warum lebe ich? Ich glaube, weil das der Geschäftswagen ist Der kann uns nicht töten Und vielleicht habe ich das in meinem, weil wir sind ja jetzt bei Segurosurf Ja Naja, so, wir gehen jetzt hier mal rein Boah, ich bin so gespannt, ob wir das dieses Mal schaffen Oder ob wir wieder versagen werden Ich bin einfach nur gespannt, wie viel Geld wir bekommen Jetzt seh das nicht so negativ Ich will kein Geld, ich will nur Spaß mit euch Das ist auch positiv gemeint Okay Die beste Bezahlung ist Zeit, mit euch zu verbringen Oh Zombie, das hast du aber schön gesagt Für die Reichweite Wow Das tut weh Und du weißt, dass es nicht stimmt Du weißt, dass es nicht stimmt So, das Einzige, was uns fehlt, ist Patrouillenruten Auf gut Deutsch gesagt, da scheißen wir jetzt aber drauf Ja, weil er die eh alle tot Ja, ja, weil wir krass sind Ja, ja, schaffen wir Haben wir ja beim letzten Mal schon gezeigt, dass wir das richtig gut schaffen So, was muss ich denn jetzt drücken, damit ich Vorbereitungstafel, nee Na, eh Ja, hier So, starten kann ich jetzt Dann werden wir jetzt mal gucken Dann kann ich jetzt, glaube ich, nochmal euch einladen Ja, da seid ja auch direkt alle eingeladen worden Tritt bei Zombies am Start Level 121 Da hat mich jemand geflamed Letztens auf Twitter Ich bin schon seit 5 Jahren GTA Bis du ist Level 121 Ich bin Level 72 Achso Jemand hat mir das Heule geschrieben Dass ich vor 6 Jahren mein erstes Let's Play zur GTA gemacht habe Damals noch den Story Mode auf der Playstation Nee, ich glaube auf der Xbox damals Xbox 360 So, äh, geschlossen hier spielen Ja, das machen wir jetzt Ja, aber wir haben ja nicht den Charme mit rübergenommen, oder? Doch Von der Playstation Ja, ich weiß es nicht Ich habe meinen rübergenommen Ah ja Ja, ich dann auch Leute, aber viel wichtiger ist, dass wir jetzt schon fast 5 Jahre Zugfolgen haben Das ist, das ist gut Nicht ausgewählt Ah ja, Haupteingang, ja Wir machen das so wie beim letzten Mal, oder nicht? Hat ja gut geklappt Ich glaube auch, ich habe eine Theorie, weswegen wir beim letzten Mal verloren haben Ja Weil du zu viele Prozent hattest Mann, ich mache immer Verlust bei dem ganzen Kram Du bist doch der, der immer erbt Ja, ähm Von einer verkackten Familie Sag mal, was soll denn das? Ich finde, das ist jetzt schwer 55, 50, 50, 50, 50 Was ist denn? Personalraum? Abfall, Abfall, Abfall Aber da waren wir doch schon mal Ja, dann Personal Dann Personalraum Dann Personalraum Herr Abfall Ich komme raus Ihr müsst auf bereit machen Ne, ich bin raus Ja, aber musst du nicht das Geld noch verteilen? Habe ich doch Achso Ich habe es doch verteilt Okay Ja, weil ich Ich kriege ja immer nichts extra Ich kriege kein Geld und nicht den Abfall Gib mir den Abfall Okay Nein, ich will nicht den Abfall Gib mir doch einfach den Abfall Ich habe den Abfall Ich gebe mir 5% von mir Doch, habe ich eingestellt Ich gebe mir 5% von mir Ich will nicht den Abfall Okay, gib mir 5% Dann kann ich ohne den Abfall Ja, es geht nicht weniger Dann gebe ich dir 5% von Verlooten Oh, danke Geht geile Stück Okay, okay, jetzt bin ich dabei So Hier Was für ein geiles Outfit nehmen wir Such dir was Schönes aus Ja, war das? Was haben wir für Masken? Ah ja Oh, guck mal hier Das sieht eigentlich Das sieht doch nicht aus Oh, ich nehme die mit der Fliege Oh, nee, aber hier Der Zombie Der Zombie ist jetzt so Perfekt Ich bin bereit So, Leute Jetzt geht es rund Jetzt wird es fruchtig Ich freue mich Das wird cool Guck mal, ich habe so einen richtig So einen schönen grauen Mandel, Alter Das wird jetzt richtig easy Das machen wir ganz locker, Leute Mit unserem Skill Ah, wir haben scheinbar Ein exquisites Fahrzeug Oh, da habe ich schon Eine Maske aufgesetzt Ja Wer fährt? Begebt nicht Ich fahre natürlich Ich kann ja Ich kann mit Abstand Am besten fahren Oh, Gott Ich bin ein direkt Schön weg Ach, das ist wieder gut Ich freue mich drauf, Leute Ich freue mich drauf Oh, Gott Junge Der kam aus dem Mix Komplett überraschend Den habe ich wirklich nicht gesehen Junge Der war so ein Jogger Der mir vor das Auto gelaufen ist Mensch, dieser Jogger Warte, ich teste mal den Wagen Nein Ach, Junge Wir haben doch noch ein paar Teamleben Ich teste doch Ja, ja Er hat auch den Wagen getestet Jetzt kommt Oh, wie so eine Puppe, ey Wir müssen uns jetzt zusammenreißen Wir können die Zuschauer nicht schon wieder enttäuschen Leute, wir haben uns selbst mehr enttäuscht als wir euch je enttäuschen konnten Kann jemand einen Waypoint einen Wegmarker setzen? Der gab einen Punkt Ja, ja, aber der Ich weiß nicht Der braucht die Straßen Genau Ich brauche einen TomTom Kennt jemand noch TomTom? Ja Das war das Bitte fahren Sie geradeaus über den Kreisverkehr Hat sie mal gesagt Gutes Ding Hast du halt wirklich gesagt Die arme Firma Ja, und ich will dich dann links abbiegen Oh, das war mein Lieblingssatz Oh, vorsichtig Oh, guck mal den Trick ab Mit Absicht Habe ich Augenmaß Na klar Guck mal, ich spür Wo kommt der denn her? Der war überhaupt natürlich Mensch, das war scheinbar ein Kollege von ihm Ich freue mich jetzt gleich schon wieder auf diese Touristen Die da die beiden etwas komponenter sind Der Junge kann auch nicht im Auto bleiben Wir sind da Stürmt der Schlagen Ja, direkt rein Nein, was ist das denn? Nein, 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 nein Oh Gott Alter Ich habe jetzt hier gar keine Waffe Der, der, der Riecht nicht so Rein, rein, rein Ich bin König rein So Jetzt Wie unauffällig wir sind Ja, wir sind wie Ninjas Unsichtbar und tödlich Guck, da sind die wieder Ja, die kenne ich Mit Palette Was? One, two, three Cheese Ja, da sind wir wieder Oh, shit Nicht die schon wieder Bestimmt Haben wir die beim letzten Mal nicht schon erledigt So, jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt Wie der Unterschied ist Ja, ich denke mal Jetzt können wir Hitshots geben So, ich gehe direkt in die Offensive Okay, alle reinlaufen Alle rein Wir sind ja Alle Wie einfach ist das denn? Oh Gott, hier ist einer Direkt hinter mir Abi Okay, jetzt sind wir schon mal so weit wie nach den ersten 10 Minuten Da kommt auch einer Ich übernehme die rechte Seite in die linke Das kannst du ja gar nicht vergleichen Auf jeden Fall Oh, der ist noch Der ist noch da Oh Gott, wer ist denn da von der Seite gerade weggeflogen? Alter, krasser Unterschied Ja Und da links ist noch einer Zorn, ey, Vorsicht Danke, danke, danke Oh, ich habe gut Schaden bekommen Ja, dann Oh, ich habe auch gar keine Snacks gekauft Ich schon Oh, ich habe auch ganz gut Schaden bekommen Scheiße Komm, komm, komm Wir müssen die Tür hecken Okay, okay, okay Bombe wird angebrannt Ich bin da Thermische Bombe Exavaten Nein, nein, nein Kratzt mich an Wer denn? Der Unschuldige da Da hat sich niemand angegriffen Oh Gott, da macht es jetzt Zischi, Zischi Okay, Zischi, Zischi, ja Zischi, Zischi Ich habe meinen Kopf rein Oh, ja Zischi, Zischi ist fertig Sehr gut Und rein da Als ob, ey Wenn es gemütlich Perfekt Jetzt haben wir den ersten Checkpoint Oder als Speicherpunkt Ja Als ob Wie schnell das ging Nur wegen diesen komischen Panzerungen Ja Nur weil die eine komplette Körperrüstung anhalten Also das ist, das ist ein Skandal Das macht mich echt ein bisschen betroffen Begib dich in den Keller Ich erinnere mich hier dran Die haben mir Granaten rausgeworfen Echt? Das waren Zeiten Da waren wir noch jung und fruchtig Vorrücken Vorrücken, Freedom Squad, Vorrücken So, ihr kenntet mich So, ich gehe hier durch Ah, ne, geht nicht Ich werde nur beschossen Freunde, seid ihr noch da? Ja Ja, sehr gut Ah, da vorne ist das einer Ah, da Und da rechts auch noch einer Den habe ich auch Ich habe sie alle erwischt Ich brenne hier das auf Ich verteile hier nur Headshots Ich bin nur am Headshots verteilen Hier ist auch jemand drin Verschwendet Maudado unsere thermischen Ladungen? Sag mal Ja, ich habe das auf der anderen Seite benutzt Da wo Paluden gerade meinte Guck mal, komm mit Guck mal, hier ist eine Küche Warum, wo soll ich denn hin? Ja, ich habe aufgemacht Ach, du hast schon aufgemacht? Ja, Mensch Maudado Du bist aber ein kleiner Kudelbär Oh Gott, Alter Maudado So ein Kudelbär bist du doch nicht? Maudado, du hast da gerade einen Menschenbild gemacht Der kam aus dem Nichts Ja, aber der hat doch nichts gemacht Hier, ich mache die Tür auf Leute, ihr könnt das Geld Hol das Geld da raus Welches Geld denn? Da, Geld Komm zurück Da, wo die Tür aufgeht Da, wo die Tür aufgeht Oh Gott, schnapp doch Das Geld Ich will auch Geld Ich hole es mir Ich hole es mir Ich hole es mir Oh, wow Alter, wie du dir das Geld holst, Maudado Gib doch auch mal ein bisschen was ab Ich greife, ich greife Ich schieße es Ich schieße es Ja, schieße es rein Ich schieße es in deine Zeit Ich komme da gar nicht mehr raus Komm, wir gehen weiter Sag mal Alter Das ist echt viel Geld hier, Leute Wir kommen hier wirklich nicht mehr raus, Maudado Doch Was denn? Komm raus Mann, ich muss doch Geld holen Mehr, Mängel Mehr Alles Mehr, mehr Alles Fertig Sehr gut Können wir hier rein? Hallo, Tür bitte auf Tür auf Ist es schon wieder zu? Ja Nee, die ist doch offen Nee, bei mir ist die zu Du musst den Knopf drücken, Mann Jetzt hat sie gerade Ja, 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 ja Freiheit Achtung, Überwachungskamera Okay Wir müssen, wir müssen hier runter, Mängel Komm Oh Gott, hier liegt ja einer Mensch, hier, hier liegt da einer Oh Gott, was ist hier los? Da links, da links Ja, als gut Oh, hier hinten ist auch noch einer, den habe ich Habe ich Kein Problem für den Arschlack Ich habe eine Scheladung Ich habe hier Hier können wir eine Scheladung anbringen Seid ihr in die richtige Richtung? Bin ich in die richtige Richtung? Ich bin Oh, ich verliere Geld Wie, du? Ja, dann halt dich zurück Weil wir schon Geld mitgenommen hatten Ja, ja, wir haben jetzt ja schon 50.000 Vorsicht, da hinten Einer durch Da rechts Da war Ganz ehrlich Hältst du einfach deine Waffe um die Oh Gott, da kommt doch einer Ich bin am Nachladen Alles gut Hier ist der Tresor Hab ihn auch? Ja, sehr gut Ich hände die Schlüsselkarten gleichzeitig Ja, ja, ich Los, Bano, Paluten Wir machen das Und Warte, warte Und 1, 2, 3 Und, 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 und Go Und 3, 2, 1, go Go Ich wurde angeschlossen, ging nicht 3, 2, 1, go Nee, ich bin noch nicht bereit Warte Okay, okay Warte, warte, warte Wird das gleich kommen Ja, warte 3, 2, 1, los Geht noch nicht Ja, wie Geht noch nicht Jetzt geht's Ja, warte, du musst jetzt kurz warten Ja Jetzt warten 3, 2, 1, los Go Oh Sehr gut Haben wir Hä? Hä? Ja, sehr gut Ja, ich dachte schon Da hinten ist einer, Vorsicht Lauf Er ist hingefallen Er ist noch da Alles gut Aua, ich wurde geschossen Stopp Ich renne, ich renne Ich renne, ich renne Ich schaff das Ich betrete die Schleuse Okay, alles gut Alles gut Alles gut, Leute Alles gut So, bitte nicht böse sein, liebe Zuschauer Wir werden das in 2 kleine, leckere Parts unterteilen Da geht's direkt In 1, 2 Tagen geht's direkt weiter, Leute Nicht böse sein, bitte Lasst ein Like da Ja, mach ich Danke, du bist ein Ehrenmann Ehre 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 Ja, Ehre Oh, gleich gibt's das Geld Oh, Ehre Oh, gleich gibt's das Geld Und Zahl Oder Kopf Äh, 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 Geld Nede und so weiter klauen. Das mache ich nicht. Ich kaufe nur Geld. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, das ist jetzt aber doch... Wir können hier nicht raus. Nein, wir können hier nicht raus. Oh Gott. Aua. Okay, Leute. Das war's für heute. Wenn ihr jetzt noch Langeweile habt, gönnt euch auf jeden Fall die neueste Folge vom Podcast. Die ist heute online gekommen. Es gab mal wieder ein traumhaftes Roleplay des Tages. Und ich habe ein bisschen was auf dem Berg aufgenommen. All das und vieles mehr gibt es, wie gesagt, in der neuesten Folge vom Podcast. Erster Link ganz oben in der Videobeschreibung. Schaut unbedingt bei German Let's Play somewhere more data vorbei. Lasst ein Like da. Und habt jetzt alle einfach noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.